Oh Gott, gleich sind sie weg. Die kriegen ja Rüster zu dem Vorbett. Warum soll sie nicht weg sein? Die kotzen schon. Die kotzen schon. Was ist das? Ja, das ist vorbett, wenn alle wegflogen. Dann siehst du die Maschine, der da nicht so gut ist. Hier hinten rum. Scheiße! Schnell wieder auf. Und ich war die hier davon. Sex ist vor, ich bediene. Wie denn, das stelle ich im YouTube an. Ja, cool, kann man machen. Ja, tack.